Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt vom guten Gaming Boy und der schreibt natürlich auch eine E-Mail dazu. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich nochmal eine Sache ansprechen, denn der Zoo, der eigentlich jetzt dran gewesen wäre, der war leider sehr, sehr kurz. Ich habe für die Besichtigung vier bis fünf Minuten nur gebraucht und das ist leider ein bisschen zu wenig. Derjenige hat auch reingeschrieben, dass der Zoo sehr unfertig ist. Ich denke, du weißt Bescheid. Ich würde dich bitten, den Zoo einfach noch ein bisschen weiterzubauen und dann kannst du ihn einfach erneut einsenden und dann kommst du auf jeden Fall dran. Aber jetzt der heutige Zoo, der ist vom Gaming Boy und Gaming Boy schreibt natürlich auch eine E-Mail und er schreibt. Hallo Dandi, mein Zoo heißt Africa Zoo mit drei O. Es wäre nett, wenn du die Mitarbeitereinrichtungen nicht beachtest. Das war mein erster Zoo, wo ich mir Mühe gab, also nicht wundern, wenn er nicht mega krass ist. Und dann schreibt er noch was privat an mich, was ich nicht vorlesen soll. Und er schreibt noch, viel Spaß. Vielen Dank Gaming Boy und ich würde sagen, wir starten jetzt in dein Africa Zoo. Und damit sind wir im Africa Zoo mit drei O angekommen. Ja, das Ganze ist von Gaming Boy und ich bin sehr gespannt. Ich habe übrigens gerade auch die Gäste erstmal, also ich habe den Zoo geschlossen und die Gäste erstmal alle rauslaufen lassen. Weil du hattest mehrere tausend Gäste und ich hatte wirklich nur 20 FPS. Und ja, jetzt habe ich auf jeden Fall mehr FPS. Das ist ein bisschen angenehmer dann zum Besichtigen, also nicht böse sein. Und was als erstes auffällt, du hast sehr, sehr viele rote Nachrichten hier, dass es den Tieren nicht gut geht, dass Tiere ausgebüxt sind und so weiter und so fort. Ja, aufgrund dessen habe ich auch hier ein bisschen in den Einstellungen rumgespielt. Ich habe nämlich, Moment, genau, hier die Tiereinstellungen und sowas habe ich alles deaktiviert, damit die Tiere jetzt nicht alle sterben und sowas. Weil ich halt gerade die ganze Zeit vorgespult habe, bis alle Gäste sozusagen deinen Zoo verlassen haben. Musste ich halt machen. Ging nicht anders. Aber jetzt würde ich sagen, besichtigen wir den Zoo. Ich denke auch nicht, dass es schlimm ist, dass ich die Sachen ausgestellt habe. Weil jetzt, ja, sterben deine Tiere halt nicht und haben nicht dieses Wohlbefinden und sowas. Also ich hoffe, jetzt gehen auch diese roten Nachrichten ein bisschen zurück. Aber wir gehen jetzt direkt los. Ich bin sehr gespannt. Afrika ist natürlich ein gutes Motto. Ich glaube, für Afrika gibt es auch die meisten Tiere so. Du hast gesagt, ich soll nicht die Mitarbeitereinrichtung beachten. Okay, wir gehen erstmal direkt hier rein. Hä? The fuck? Okay, lassen wir das. Ah, okay, du hast das hier sogar so zugebaut. Die gehen sozusagen die Mitarbeiter hier durch die Sachen durch. Ist jetzt nicht so elegant gelöst, aber kann man auf jeden Fall so machen. Aber wie gesagt, wir beachten das jetzt nicht. Hast du extra dazu geschrieben. Hier geht es auf jeden Fall in dein Afrika-Zoo. Das sieht doch schon mal ganz nett aus hier, der Eingang. Ja? Oh, guck mal, hier sind sogar Details an der Seite. So kleine Zelte. Und was ist das denn hier überhaupt? Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so Deko-Kram, oder? Ein Zierfels? Zierfels? Was? Kein Zierfels? Ja, whatever. Das ist irgendwas mit der Benennung wohl falsch gelaufen. Er ist aber ein sehr schöner Eingangsbereich. Gefällt mir gut hier, dass du hier so durchgehst. Da steht hier sogar noch so ein kleiner Jeep. Ist natürlich alles so ein bisschen im Boden drin, aber das sind alles so minimale Sachen, die du noch machen kannst. Die Bänke natürlich auch sehr schön richtig rumplatziert. Ne, da haben die Gäste wohl randaliert. Das passiert. Oh, hier gibt es eine Eisenbahn. Wie cool. Schaut mal. Ich würde auf jeden Fall eine Schiene lang. Das ist schon mal nice. Das gefällt mir. Wir gehen direkt hier hoch. Hast hier auch ganz gute Klippenarbeit gemacht. Das ist ganz nice. Kann man sicherlich noch die ein oder andere Sache hier ein bisschen anpassen und verbessern, aber ansonsten sieht das schon alles in allem ganz gut aus. Oh. Hier ist auch schon das erste Gehege. Schaut mal, da unten können wir schon... Afrikanische Wildhunde, müssten das sein, sehen. Ja, sieht doch ganz nett aus. Was mir als erstes auffällt, du hast das hier sehr gleichmäßig mit Gras nur gemacht. Ich finde, das sieht immer ein bisschen schöner aus, wenn man so ein bisschen Unterschiede hier mit in den Boden macht. Dann sieht das auch ein bisschen natürlicher aus. Aber ansonsten ist das nicht schlecht. Ich finde es cool, dass man von hier oben runter gucken kann. Das gefällt mir. Hier ist auch so ein bisschen Deko. Ja, hier die Felsen mit dem Geländer ist natürlich immer schwierig. Immer so... Ah. Da muss man aber ein bisschen anpassen und ein bisschen beigehen. Würde ich sagen. Oh, so schöne Deko-Elefanten. Die scheinst du sehr gerne zu mögen. Das sind nämlich sehr, sehr viele. Ja, nicht schlecht. Wir sind jetzt mega auf so einer Anhöhe. Hier sehen wir sogar schon relativ viel von einem Zoo. Da hinten sehen wir sogar auch voll viele Tiere. Oh mein Gott, sind da viele Tiere drin. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gehege ein bisschen überfüllt ist. Da ist ja alles drin. Büffel, irgendwelche Gazellen, noch mehr Böcke und Strauße. Oha, darauf freue ich mich schon auf das Gehege. Da unten sehen wir jetzt nochmal die Wildhunde. Das sind doch Wildhunde, ne? Ja. Afrikanischer Wildhund. Sehr schön. Hier ist natürlich jetzt so ein bisschen die Klippe im Weg für die Aussicht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Klippe hier einen Sinn hat, dass da vielleicht eine Höhle oder sowas ist, wenn wir gleich von unten schauen. Werden wir dann sehen. Wir gehen mal... Ach, hier kommt man gar nicht durch. Okay, wir müssen hier lang. Hier vorne gibt es dann eine Mitarbeiter... Nicht Mitarbeiter-Einrichtung, eine Gäste-Einrichtung. Mit schöner Musik. Hallo. Ich hätte gern ein Cosmic Cow-Milkshake. Bitte. Guck mal, wie freundlich sie ist. Wenn ich mir mal auf der Arbeit so aussehen würde. Hallo. Ich auch. Guck mal. Gleich gute Laune, ne? Was gibt es denn hier? Gulpi. Diese tolle Musik dazu. Nice. Okay. Hier ist ein Mitarbeiter-Weg drin. Warum auch immer. Dann haben wir nochmal Milkshake. Und nochmal Chief Beef. Sehr schön. Und hier ist dann das nächste Gehege sozusagen. Ist einen schönen Platz hier oben gebaut. Gefällt mir. Ja? Auch hier mit so anderen afrikanischen Geländern. Ist das hier gewollt, dass die Klippen durchschauen? Ich glaube nicht, ne? Ah, das sind alles so Feinheiten. Die muss man halt nochmal überarbeiten. Und hier haben wir das nächste Gehege. Oh, das sieht schön aus, das Gehege. Cool. Hier hast du das nämlich ein bisschen gemacht mit dem Boden. Dass das so ein bisschen übergepinselt ist. Dass es nicht ganz so gleichmäßig ist. Aber du kannst das zum Beispiel auch hier bei solchen, ähm, ja, Schlammbecken oder sowas machen. Du könntest zum Beispiel hier so einen leichten Übergang zum Sand oder sowas. Oder zur Erde als Untergrund machen. Das würde, glaube ich, ganz cool aussehen. Ich mache es ja auch mal ganz gerne, dass ich zum Beispiel so typische Laufwege von den Tieren, äh, auch so ein bisschen mit Erde, ähm, ja, kennzeichne. Dass das sozusagen so ein bisschen zertrampelt aussieht oder wie so ein Trampelfad. Das finde ich immer ganz nice. Oh, ist ein Baby. Ja, man hat aber wirklich eine tolle Sicht hier. Die machen richtig Action. Der hat gerade richtig Schlamm aufgewirbelt. Das ist ja cool. Das sind jetzt afrikanische Elefanten, ne? Die endischen sehen ein bisschen anders aus. Oh, ein Baby. Guck mal, der begrüßt uns. Hallo. Die Elefanten sind aber auch gefährliche Tiere. Wenn die einen einmal packen mit dem Rüssel, das könnte wirklich gefährlich enden. Hier ist sogar ein schöner Wasserfall. Man sieht hier leider ein bisschen die Düsen. Muss vielleicht nochmal ein bisschen mit Klippen verdecken. Äh, ich muss auch sagen, dass ich, ähm, diese Pfeiler oder Stützen, das sind ja die vorgefertigten, die finde ich ein bisschen too much, wenn du die direkt durchs Gehege führst. Also ich glaube, da könnte man sich ein bisschen was Eleganteres, ähm, überlegen. Aber ich glaube, das ist auch sehr störend für die Tiere, oder? Wenn da so viele Säulen im Weg sind. Keine Ahnung. Ich glaube, hier ist sogar so unterirdisches Viewing nicht schlecht. Ja, alles in allem ein ganz solides Gehege. Das hält mir. Also was haben wir hier? Oh, hier haben wir nochmal Sicht. Also man hat von hier oben wirklich eine richtige gute Übersicht über dein Zoo. Da hinten sehen wir schon Äffchen. Ich weiß aber nicht, was es ist. Und Flamingos. Da. Flamingos. Und da hinten sind, glaube ich, Schimpansen oder sowas drin. Werden wir gleich sehen, hoffentlich. So, wir gehen mal weiter. Ich überlege gerade, ob ich nicht zurückgehen sollte. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Aber wir schauen erstmal, wo es hier hingeht. Okay, hier geht es wieder runter. Wir gehen jetzt zurück, Leute. Damit wir uns nicht verlaufen. Besser ist das. Liebe Mitarbeiter, lasst mich durch. Ich sprinte hier lang. Das ist auch hier überall noch so schöne Deko-Elemente gemacht. So eine Hecke. Also ich will nicht derjenige sein, der die schneiden muss. Ganz schön viel Arbeit, glaube ich. So, das müsste jetzt hier das Wildhundgehege sein. Das wir vorhin gesehen haben. Oh, hier hast du sogar mit dem Boden ein bisschen gemacht. Aber hier mit dem Gras ist so ein bisschen krass. Oh, wie cool das aussieht. Guck mal da hinten auf den Wildhund. Macht er das jetzt nochmal? Komm, jump da ran. Jawohl. Wie cool. Er versucht da ran zu springen. Das hier ist ein Baby. Die sind auch niedlich, ne? Er schafft es nicht. Kann der das auch schaffen? Na, du Kleiner. Schaffst du es nicht da oben rein? Oh! Er hat sich Futter runtergeholt. It's magic. Er hat es geschafft. Okay, jetzt sehen wir mal. Das sind ja hier die Felsen. Ja, du hast die als Unterschlupf gemacht. Habe ich mir schon gedacht. Die habe ich ja gerade ein bisschen bemängelt. Aber das hast du cool gemacht hier. Gute Idee mit dieser Steinsäule. Gefällt mir. Da hast du so einen kleinen, natürlichen Unterschlupf gebaut. Ja, cool. So, wir gehen weiter. Was haben wir im nächsten Gehege gegenüber? Ist natürlich sehr schön, ne? Man kommt in den Zoo, hat direkt rechts und links ein Gehege. Das ist immer nice. Oh, das war das Massengehege, ne? Ja, da sind die ganzen Tiere drin. Hier hast du nach und nach die ganzen Schilder. Gehen wir mal rein. Ist mittlerweile sehr überfüllt. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass du Schwangerschaft anhattest und die Zeit laufen lassen hast, während du gebaut hast. Ich dachte gerade, er will dagegen jumpen. Macht aber nicht. Das ist eine Rappenantilope. Na, hier mit den Klippen muss auch nochmal ein bisschen beigehen. Also Barrieren ist natürlich immer schöner durch natürliche Barrieren zu ersetzen. Aber das ist halt... Ich kann das auch eigentlich gar nicht alles bemängeln immer, weil... Ihr habt die Zoos so früh eingeschickt, zumindest die, die ich momentan bewerte, und hattet einfach nicht so viel Zeit... Oh Gott. Und hattet einfach nicht die Zeit dazu. Er hat gerade gar keinen Bock auf uns, oder? Der rennt ja davon. Ne, der hat keine Lust auf uns. Schauen wir uns ihn mal an. Ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich Angst vor denen habe. Aber wenn sie schlafen, sind sie ganz süß. Da kann man sie auch mal ein bisschen ärgern. Okay. Der schläft auch. Was haben wir hier? Ist das auch eine Rappenantilope? Ja, das ist ein Jungtier. Das hat noch keine Hörner. Das sind Mini-Strausse hier. Die sind auch so süß, ne? Wie die so gepunktet sind. Niedlich. So, was ist das? Ist das eine Gazelle? Ja. Eine Thompson-Gazelle. Auch niedlich, ne? Sieht schön aus. Das sind ja so die gefühlt Hauptbeutetiere in Afrika. Die immer gejagt werden. Ist hier noch irgendein Tier? Ja, hier ein Kafanwürfel müsste das sein. Der chillt ja auch so sein Life. Boah, der hat sogar schon Narben. Scheint schon gekämpft zu haben. Sogar ordentlich viele Narben. Eieiei. Okay. Aber es ist schon sehr überfüllt, ne? Aber ich glaube, das ist einfach entstanden, weil du gebaut hast, während du das Spiel weiterlaufen lassen hast. Da haben die sich wahrscheinlich vermehrt wie die Kanickel. Aber auch hier der Boden und sowas, den kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen anpassen. Und hier vielleicht ein paar Büsche und sowas an die Baumstämme. Ist auch immer nicht verkehrt. So, nach links geht es. Hier haben wir, uh, ganz viele Fresstische. Und dann gibt es hier so eine kleine Fressmeile. Okay, diese Tischreihe hättest du vielleicht nicht machen sollen. Weil die Leute müssen sich auch noch anstellen hier an die Läden. Was gibt es denn hier? Just a momento. Was ist das? Souvenirs, oder? Gulpi. Cosmic Milkshakes. Und ja, Schiefbeef. So, hier haben wir das Erdferkel. Das ist auch süß. Trinkt das im Liegen? Ist ja süß. Oder was macht das da? Oder schläft das? So halb. Sind ja niedlich, oder? Sind aus wie kleine Dullis. Aber süß sind sie. Übrigens Babys sind auch hier am Start. Die haben sich auch vermehrt wie die Kanickel. Ich glaube, du hattest nicht so viele hier drin. Weil das Gehege sehr, sehr klein ist. Das Gehege an sich ist natürlich auch noch nicht großartig gestaltet, ne? Du hast einfach ein Viereck gebaut und ein paar Sachen platziert. Also hier fehlt halt noch jegliche Deko-Krams. Wobei du den Zaun hier schon schön abgedingst hast. Hier bei der Glasscheibe mit so Baumstämmen. Das gefällt mir. Cool. Weiter geht's. Gehen wir zum... Diese Werbetafeln sind auch schon kaputtgeschlagen teilweise. Aber das kann man irgendwie nicht verhindern. Das passiert irgendwie immer. So, was haben wir denn hier? Okay, hier kannst du auf jeden Fall, das würde ich dir noch als Tipp geben, die Glasscheiben abrunden. So ein bisschen, weil die sind halt so eckig. Sieht immer nicht so nice aus. Was ist denn hier drin? Gott, wie schlafen die denn? Gehen wir mal rein. Das sind Schildkröten. Die schlafen ja süß. Ich dachte, die ziehen ihre Köpfe ein oder so. Richtig, eine Warnung. Wow, wie aufdringlich. Das sind Aldabra-Riesenschildkröte. Das ist ein Jungtier? Ja, das ist noch ein Jungtier. Okay. 3,8 Jahre. Sieht auch noch sehr klein aus. Die schlafen aber gerade alle, wie es aussieht. Die schlafen sogar hier im Wasser. Boah, 54 Jahre alt. Ah, die werden ja auch Stein-Alt-Schildkröten, ne? Und der hat auch schon Narben. Scheint auch schon gekämpft zu haben. Ja. Hier fehlt auch noch ein bisschen Deko. Und vielleicht mal ein bisschen mit Höhenunterschieden arbeiten. Das sieht alles sehr flach aus und dann einfach so Barrieren drum gezogen und ein bisschen was auf dem Boden platziert. Also ich glaube, so ein paar Höhenunterschiede würden das Ganze ein bisschen interessanter gestalten. Das Gehige hier war schon ganz gut gemacht. Aber hier kannst du gerne auch noch ein paar Höhenunterschiede und vielleicht ein Gewässer oder so noch mit reinbauen. Das könnte ganz gut aussehen, weil das Gehige sehr groß ist. Ja, da kann man eigentlich relativ viel machen. Aber ist halt immer sehr zeitintensiv. Hä? Wo ist er sich denn jetzt hin teleportiert? Er hat auf jeden Fall die Mülltonne gerade repariert. Sehr fleißig. Hier sind echt viele Gehege, ne? Dann haben wir das nächste Gehege und da wird schon angeklopft. Gehen wir doch mal da rein und retten das Tier. Oder retten die Tiere. Ei, ei, ei. Ganz viele süße Flamingos. Da sind sie alle frei. Lauft in die Freiheit, Flamingos. Was hast du hier gebaut? Können die hier schlafen? Scheint mir sehr flach zu sein. Interessant. Ist auf jeden Fall so ein richtig langer Unterschlupf, den du hier gebaut hast. Können wir gleich offiziell lang sprinten. Lauf, Flamingos. Boah, sind die schnell. Mich interessiert gerade mal, ob das wirklich begehbar ist für die. Rückzugsort. Uh, teils, teils. Also die können nur an den Rand hier teilweise. Aber das scheint nicht ganz zu funktionieren. Ich glaube, da musst du nochmal ein bisschen beigehen. Oh Gott. Die nächsten Warnungen kommen. Wahrscheinlich werden wir gleich Tiere sehen, die hier ausbüxen. Hier ist dir auf jeden Fall so ein Fluss durch den Zoo überlegt. Das werden wir gleich nochmal von oben sehen. Aber hier musst du das Ufer auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen überarbeiten. Bisschen spannender gestalten so. Und vielleicht nicht immer so steil. Bisschen mit Klippen, bisschen bewalden und sowas. Da schwimmen sie auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ach doch, da hinten planschen sie auch. Oh, da geht sogar gerade einer unter. Ah, hier so an den Rand kann er. Das scheint zu funktionieren. Okay. Hier sind natürlich auch einige am Chillen. Oh, ein bisschen mehr Dekoration und so. Dann wird das schon ganz nice werden. Man sieht aber schon, dass dein Zoo auf jeden Fall in eine gute Richtung geht. Nicht schlecht. So, gehen wir weiter. Wo sind wir denn hier? Ach, das ist das Elefantengehege jetzt nochmal von unten. Ah, hier ist auch eine Brücke gebaut. Wie cool. Und ein Fake-Elefant im Elefantengehege. Nicht, dass die damit kämpfen, weil die das für einen richtigen halten. Ja, die Brücke. Ja, ich weiß nicht. Also die Idee ist ganz cool mit der Brücke, aber das hier sieht noch nicht so elegant aus, dass es hier so durchschimmert. Vielleicht kannst du hier unten einfach so Balken oder so hinmachen. Dann würde es auch ein bisschen eher so aussehen, als wenn da das Wasser durchfließen kann. Weil du hast jetzt hier so eine durchgehende Wand gebaut. Mit ein paar Balken würde das ganz cool aussehen. Das haben wir gerade schon gesehen, das Gehege von oben. Hier kann man jetzt nochmal in den unterirdischen Bereich. Hier ist es natürlich auch noch nicht ausgeschmückt. Aber das frisst natürlich Zeit ohne Ende sowas. Aber finde ich cool, dass du sowas gebaut hast. Hier haben wir auch das nächste Gehege. Das sind, glaube ich, Hippos. Oder sind das die Elefanten? Ich habe doch gerade ein Nilpferd oder ein Flusspferd langlaufen sehen. Boah, ist das riesig hier. Richtig cool. Das sind doch Flusspferde da hinten, oder? Ich weiß es nicht. Gehen da auf jeden Fall gleich mal rein. Ah, hier. Hier sind die Elefanten. Ah, okay, I get it. Ich glaube, hier bist du noch nicht fertig auf der Seite, oder? Soll das so, dass hier nur so ein kleines Kuckloch ist? Könnte natürlich sein. Finde ich aber eine coole Idee, sowas unterirdisches zu machen. Wenn man die dann hier beobachten kann. Wie sie hier mit den Holzdingen rumspielen. Oh, da hinten. Oh mein Gott. Wir müssen den Retter spielen. Sorry, Leute, aber das muss sein. Ich weiß, das frisst unnötig Zeit. Aber ich kann mir das nicht mit angucken, wenn die Tiere da gefangen sind. Die Armen klein. So. Dann geht es mal weiter. Gehen gleich aber nochmal zurück. Okay, hier hinten wird es nochmal interessant. Wir gehen erstmal in das Gehege hier. Hier ist auf jeden Fall eine richtig schöne Untergrund-Viewing-Area gemacht. Vom Rückzugsort. Ich weiß gar nicht, ist das hier ein Gehege? Ein großes? Oh, ich glaube schon. Also hier kann man wirklich viel begutachten. Hier ist dann der Mitarbeiterweg. Hier geht es rein in das Gehege. Und hier geht es auch weiter. Oh mein Gott. Das ist alles sehr, sehr groß hier. Und das sind tatsächlich Hippos. Na du? Nicht mich kaputt machen. Plus Pferde töten ja mehr Menschen als Krokodile, glaube ich. Die sind, glaube ich, sehr gefährlich. Ich will so einem Ding auch nicht begegnen, weil die haben ja riesengroße Zähne. Vielleicht kann man das da vorne sehen, wenn er gerade frisst. Seht ihr das, die Zähne da drin? Sind heftig. Und ich will gar nicht wissen, was so ein Ding wiegt. Alter Schwede, wollen wir das mal nachgucken. Das interessiert mich gerade. Zopedia. Schauen wir doch mal, was so ein Pluspferd auf die Waage bringt. Oh mein Gott. Ein Männchen bringt 1,75 Tonnen auf die Waage. Und ein Weibchen ist kackt gerade. Oh, shit. So, da sind wir wieder. Tut mir leid, ich habe mich gerade verklickt. Na, ich wollte euch eigentlich nur das Kacken absparen, aber jetzt sehen wir es schon wieder. Plus Pferde sind schon kleine Dullis. Auch hier hast du das Gehege sehr, sehr flach und die Mauern und sowas. Also ein bisschen Höhenunterschiede sind, glaube ich, nicht verkehrt. Und auch diese Stützen hier. Hier sieht man das nochmal ganz gut. In so einem Gehege ist das schon, glaube ich, sehr unpassend. Ich glaube, da musst du es ein bisschen anders regeln. Na gut, gehen wir weiter. Ich glaube, wir haben noch viel zu entdecken. Deswegen sollten wir jetzt hier nicht so viel Zeit rauszögern. Hier hinten geht es auch nochmal hoch. Hier sehen wir das nächste Gehege. Hier hast du sogar mal Höhenunterschiede. Aber die sind auch noch nicht ausgearbeitet so. Auch hier vorne. Das muss man halt noch mit Klippen und sowas ein bisschen dekorieren. Ich sehe aber auch gar keine Tiere drin, wenn ich ehrlich bin. Da hinten ein Tier. Hinter dem Zebra. Also ich meine nicht das Ding hier. Das ist kein Tier. Aber dahinter. Ich weiß es nicht. Na, vielleicht leben hier auch nur diese Papp-Zebras. Ein Papp-Zebra-Gehege. Kann ja auch sein. So. Hier sehen wir hier. Hier sehen wir nochmal die Flamingos. Und jetzt sind wir wieder hier oben. Oder ist das ein... Ne, das ist ein anderer Viewing-Area. Okay, das ist hier auch noch nicht so ideal gemacht. Kann man sagen. Es schwebt ja auch ein bisschen und so. Das musst du noch im Boden versenken. Weil hier würden die Füße von den Leuten im Boden verschwinden. Du siehst ja auch schon in den Mülleimern. Das sind auch alles so Kleinigkeiten. Hier muss auch noch ein Geländer oder sowas hin. Sonst können die Leute runterstürzen. Aber die Ideen sind schon sehr cool, die du hast in deinem Zoo. Du hast auch noch ein bisschen leer hier. Aber ich denke mal, das liegt einfach daran, dass du noch nicht fertig bist. Ist ja auch schwierig, ne? Du hast den Zoo, glaube ich, schon am 30.11. eingeschickt. Und ja, zu dem Zeitpunkt warst du wahrscheinlich noch nicht fertig. Ah, hier gibt es auch nochmal so ein Viewing. Mit solchen sehr interessanten Glasscheiben. Aber sehr gute Position. Kann man echt gut beobachten hier. Die Flusspferde. Coole Idee auf jeden Fall. Nice. Hier geht es dann auch wieder runter. Ah, hier unten kann man auch nochmal gucken. Auch hier schwebt leider eine Mülltonne. Aber ja, alles so Kleinigkeiten und Feinheiten. Wo du hoffentlich noch beigehst. Alles ein bisschen ausschmücken und dekorieren. Dann wird das, glaube ich, ganz cool aussehen. Geht auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Richtung, dein Zoo. Es sind schon einige coole Ideen dabei. Gerade auch dieses große Untergrund-Dings, wo wir gerade durchgelaufen sind. Find ich cool. Wir gehen jetzt mal zurück. Weil hier vorne müssten wir auch noch abbiegen können. Oh, hier ist schon wieder ein Tier, allerdings. Oh, Leute. Ich kann mir das nicht mit angucken. Ihr regt euch wahrscheinlich schon auf, dass ich da immer anhalte. Aber geht nicht. So, was haben wir denn hier zu unserer Linken? Ist hier auch ein Gehege? Ja, aber das scheint leer zu sein. Ist auch, glaube ich, noch nicht ausgeschmückt, das Gehege. Hier geht es dann weiter. Hier haben wir das Gehege, was wir vorhin schon gesehen haben. Das war ein Äffchen, ne? Auch mit so einem Maschendrahtzaun. Einmal Wasser drumherum als natürliche Barriere. Und oben so ein Kletterschutz. Der Kletterschutz reicht tatsächlich auf einer Seite. Aber kann gut sein, dass du es auf beiden gemacht hast. Einfach wegen Optikgründen. Hier ist ja auch so eine Klippenwand. Die sieht natürlich auch sehr unnatürlich aus, ne? Weil du immer die gleichen Felsen genommen hast. Und in der fast gleichen Rotation. Also hier solltest du nochmal ein bisschen variieren. Auf jeden Fall. Was war denn hier? Oh, okay. Mit Nebel sogar noch. Oh, da geht's. Wir gehen da gleich rein in das Gehege. Ich laufe erstmal einmal außen rum. Okay, wir gehen mal rein. Schauen, was wir hier zu Gesicht bekommen. Guten Tag. Immer Keyboard spielen. Ne, hier haben wir auf jeden Fall Äffchen. Die sich jetzt schlafen legen. Was sind das denn? Ach, Bonobos. Okay. Hallo, Bonobos. Ich bin ja da. Ich rette euch. Alles will gut. Papa ist da. Ah, viele. Okay. Hallo. Affen sind auch coole Tiere, ne? Ich finde das echt interessant, wie smart die sind. Sie sind auch sehr menschenähnlich aus, die Bonobos. Also sie gehen auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Not bad. Sie sind wahrscheinlich auch sehr smart. Ja, hier noch ein bisschen ausschmücken das Gehege. Dann geht das schon klar. Sehr gut gemacht auf jeden Fall. Auch ordentlich Klettermöglichkeiten. Das ist cool. Vielleicht könntest du noch bei den Klettermöglichkeiten ein so ein Highlight machen, dass sie irgendwo ganz nach oben können, wo dann irgendwie ein Haus oder sowas ist. Finde ich immer schön, aber ist halt Ansichtssache, zu machen wie du möchtest. Gehege ist schon nicht schlecht. Was haben wir hier? Hier haben wir Giraffes. Ja, diese ganzen großen Barrieren und so bin ich halt kein Fan von. Sieht immer schon sehr mächtig aus, ne? Also natürliche Begrenzungen sind immer sehr schön. Ist aber auch sehr viel Aufwand. Oh, so einer hat schon mal den Kopf in mein Auto gesteckt im Serengeti-Park. Ist mit seiner Zunge dann Karottenschlabern gekommen. Die sind wirklich riesig, die Dinger. Also der Kopf allein schon ist wirklich, wirklich groß. Die hat nur vorne so die Schnute von oben so durch die Scheibe gesteckt, weil sie was zu futtern haben wollte. Aber sehr, sehr süße Tiere. Hier haben wir auch noch die Garzellen, ne? Nee, Springbock. Bei denen tue ich mich auch immer schwer, was das jetzt ist. Oh. Tolle Tiere. Hier haben wir auch noch Zebras. Hey. Ganz ruhig. Hier ist auf jeden Fall schon mal Höhenunterschied eingebaut, aber sieht auch noch alles sehr kahl und ungestaltet aus. Vielleicht mal das ein oder andere Gewässer. Ein paar Klippen, ein paar mehr Büsche. Dann wird das schon cool werden. So, hier ist auch nochmal ein Unterschlupf. Diese Grünzäune sind jetzt nicht so afrikanisch. Und auch dieser Backstein eigentlich nicht, ne? Also ich glaube, du solltest eher mit... Das ist, glaube ich, auch so platziert, ne? So ein fertiges Ding. Das schwebt auch. Ich glaube, du solltest eher mit Holz und so Stroh und sowas arbeiten. Bei Afrika. Und nicht mit Stein. Das, glaube ich, ein bisschen passender. So, weiter geht's. So geht's hin. Waren wir hier schon? Ne, hier haben wir ja Lemuren oder Katas. Und noch andere. Varis haben wir ja auch drin. Hallo Varis. Oder Vari. Ich scheine sie zu verstehen. Chillen auf jeden Fall together. Auch süß. Da liegt auch ein bisschen Obst und so als Deko. Keine schlechte Idee. Können wir auf jeden Fall machen. Was ist das denn hier? Können wir hier hochklettern? Ja, ist das sehr interessant. Da oben ist nochmal so ein Karton. Oh, da oben geht's auch noch rein. Wie cool. Kommen wir hier hoch? Wir kommen hier sogar hoch. Ne, die Idee ist aber cool, dass du hier Obst und so hingelegt hast. Und dass es da auch noch so reingeht. Wie cool. Wir können halt da oben überall reinklettern und sowas. Mega nice. Jetzt müssen wir nur hier runterkommen. Boah. Kamera ist gerade unfliegt. Wir gehen mal kurz hier rein. Hier ist halt wirklich so ein Affenhaus gebaut. Da chillen die auch gerade im Rasen. Aber das hohe Gras ist natürlich nicht so nice. Ansonsten ist es eine sehr coole Idee, dass man hier so rein kann. Und natürlich wieder Tiere in der Transportbox. Kommt alle raus. So, öfft Jens. Was noch in Vari? Ist wirklich sehr interessant, ne? Auch von außen schön gestaltet. Könnte sein, dass es auch so ein Workshop ist. Das ganze Ding hier. Weiß ich nicht. Aber wäre nicht schlimm. Finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Ein Affenhaus zu bauen. So. Ich werde mich verlaufen, wenn ich ehrlich bin. Geh mal hier weiter. Boah, ist das denn so riesig? Also kein Wunder, dass du die Gehege noch nicht so ausgeschmückt hast. Weil der ist echt groß. Was sind das denn für Dinger? Ach, das sind ausgewachsene Spießböcke. Die haben ja lange Hörner. Krass. Das sind Babys, oder wie? Ja. Oh, guck mal, wie klein die Dinger noch sind. Und wie groß die bei den Ausgewachsenen sind. Alter, die sind ja mega lang. Die sind ja so lang wie er. Okay, von denen will man nicht aufgepiegst werden. Aber warum sind denn die so lang? Die können die doch gar nicht richtig benutzen. Die können doch ihren Kopf gar nicht so weit nach vorne klappen, dass die damit aufschließen können, oder? Hm. Keine Ahnung, warum die so lang sind. Wahrscheinlich, um den Weibchen zu imponieren, oder so. Das Gehege sieht ja auch noch ein bisschen kahl aus. Das Ufer muss noch ausgeschmückt werden. Aber es liegt, glaube ich, einfach an der Größe deines Zoos. Weil der ist schon sehr, sehr groß. Ich habe hier auch eine schöne Brücke gebaut. Wobei die Brücke eher so im indischen Style ist. Und nicht afrikanisch. Eher so indisch aus. So, hier ist das nächste Gehege. Ich fliege jetzt mal ein bisschen durch, Leute. Okapi, sind die nicht asiatisch? Ich meine schon. Ne, Afrika, ne, war mal nicht. Irgendwie habe ich im Kopf gehabt, dass die asiatisch sind. Auch sehr interessant aus, ne? Auch eine sehr interessante Färbung. Aber die haben auch Angst vor mir, ne? Als ob ich den echt irgendwie... Sehen die mich? Ich dachte mal, ich wäre unsichtbar. Die rennen irgendwie alle weg, die Tiere. Da haben wir auch ein paar Okapis noch. Auch echt tolle Tiere. Wie könnte es anders sein? Okay, wer zählt mit, wie viele Tiere ich schon gerettet habe? Und schreibt es in die Kommentare. Bin einfach zu tierlieb. So, nächstes Gehege. Was haben wir denn hier? Jetzt direkt rein in die Gehege, weil wir sind schon sehr lange unterwegs. Ah ja. Mhm. Okay. Was sind das denn jetzt für welche? Das sind Bongos. Das sind halt auch so Tiere, die habe ich noch nie gemacht. In Blended Zoo. Ich komme ja momentan eh kaum zum selber spielen, was sehr schade ist. Wobei das neue Arctic DLC draußen ist. Das werde ich auf jeden Fall an den Weihnachtstagen mit euch zusammen spielen. Im Stream. Habe ich mich schon drauf. Gibt es dann Eisbären und sowas. Ich habe das Ganze auch schon gekauft. Aber noch nicht angespielt. So. Weiter geht's. Kommen wir hier zurück? Ne. Wir müssen leider die Bridge nehmen. Aber macht ja nichts. Ab durch die Tür. Ich würde auch fast sagen, dass wir gleich... Ey. Ich habe Besucher ausgestellt. Bruder. Das sind die letzten zwei, ne? Fäller, Moop. Hau ab. Ich finde das schade, dass man die nicht raustragen kann. Dass man den Sicherheitsdienst nicht rufen kann. Und die vertreiben kann. Aber ich finde das schon ganz schön frech, dass die herkommen. Ist auch ein Gehege. Aber ich sehe hier keine Tiere. So Leute. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die Top-Down-Perspektive. Damit wir ein bisschen vorankommen. So. Wir haben jetzt nicht alles gesehen. Aber sonst dauert das zu lange. Weil der Zoo ist sehr, sehr groß. Und ich habe mich ehrlich gesagt verlaufen. Hier ist der Eingangsbereich. Den haben wir gesehen. Hier waren die Wildhunde. Hier war dieses große Mischgehege, wo sich alle Tiere vermehrt haben ohne Ende. Hier waren... Genau. Die Erdferkel. Hier waren die Schildkröten. Die Schildkröten haben auch ein riesiges Gehege, ne? Also dein Zoo ist schon echt groß. Ziemlich viele Gehege und Tiere. Hinten waren die Elephants. Oh, hier ist sogar ein Wasserfall. Den habe ich gar nicht gesehen. Guck mal an. Sehr interessant. Hier ist ein Wasserfall auf. Und so kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen besser machen. Sehr viel Geplätscher, aber wenig Wasser, was fließt. Das muss man immer ganz gut kombinieren mit den Düsen. So ein Wasserfall zu bauen, der gut aussieht, ist auch echt viel Arbeit. Und man da viel ausprobieren muss. Und hier die Düsen müssen natürlich versenkt werden. Die sieht man so ein bisschen. Aber coole Idee mit dem Wasserfall. Sehr interessant. Auch hier oben. Aber das haben wir ja vorhin schon gesehen. Also hier kannst du das auch noch ein bisschen schöner gestalten. Oh, was hatten wir hier? Was war denn das? Ist das leer? Sind das nicht die Flusspferde? Ja, das sind die Flusspferde. Die chillen gerade alle unterirdisch. Hätten die mal vorhin machen können, als ich da begutachtet habe das Ganze. Ey, wie groß dein Zoo schon ist. Ah, wir sind glaube ich fast durch gewesen. Okay. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welches. Ah, noch ein Wasserfall. Wasserfälle sind ja immer was Feines. Großer Fan von. Der sieht schon ein bisschen besser aus. Auch hier mit dem Grün ganz schön gestaltet. Vielleicht hier nicht, äh, ich muss diese Grashamme machen. Aber ich finde die Idee cool. Sieht nice aus. Auch vielleicht hier unten noch das Wasser, dass es aufkommt oder so. Könntest du noch machen. Dann sieht das schon ganz cool aus. Hier sieht der Wasserfluss auch schon ganz gut aus. Coole Idee. Und auch hier Seerosen. Wie Liebe zum Detail. Ah, hier sind jetzt auch die Löwen. Die habe ich vorhin nicht gesehen, oder? War das nicht das Gehege, wo ich nur die Dinger gesehen habe? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall afrikanische Löwen plus Babys. Hm, sehr schön. Das ist das volle Programm. Aber auch hier sehr, sehr grünlich. Ich glaube, du hättest ein bisschen mehr mit Sand auch arbeiten müssen. Weil das ist ja so ein Afrika-Zoo. Und das ist alles sehr grasen, also rasenmäßig. Alles sehr grünlich. Und ich glaube, in Afrika ist es eher so, dass es alles eher in dieser Farbe hier ist. So Savann-mäßig. Ich glaube, da solltest du noch mal ein bisschen überpinseln, das Ganze. Also für mich das hier ist das coolste Gehege. Das sieht sehr nice aus schon. Sehr, sehr gut gestaltet. Und hier sind natürlich auch noch einige Elemente, die nicht so gut platziert sind. Sind wahrscheinlich Workshop-Sachen, ne? Aber das finde ich schon cool mit diesem begehbaren Haus. Sehr coole Idee. So, ich hoffe, ich habe echt nichts übersehen. Coole Idee auch mit dem Wasserverlauf hier, den du einmal quer durch deinen Zug geplant hast. Sehr, sehr cool. Da waren wir. Hier ist das hinterste Gehege. Dem Gehege war nichts, oder? Ach doch, hier sind Zwergflusspferde, so wie es aussieht. Ja. Zwergflusspferde. Die haben wir vorhin auch gar nicht gesehen. Die waren wahrscheinlich unter Wasser am Chillen. Die haben wir gesehen. Okay, das war das einzige Gehege, was wir nicht gesehen haben. Und was ist hier? Noch ein Tier, was wir retten können für die Statistik. Noch ein Zwergflusspferd. Okay. Sehr schön. Oh, die haben auch schon scharfe Zähne, ne? Oder große Zähne. Ei, ei, ei. Okay. Ja. Gibt es sicherlich noch einiges zu tun an einem Zoo. Aber alles in allem hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht gemacht haben, ist die Eisenbahn fahren. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Ich glaube, die ist noch gar nicht fertig. Oder? Geht hier auf jeden Fall krass unterirdisch rein. Holy shit. Aber ich glaube nicht, dass da unten noch was ist, oder? Ist da unten was? Leute, sollen wir es herausfinden? Wo ist denn der Bahnhof dazu? Also die ganze Strecke langfahren werde ich nicht mehr machen. Weil eigentlich ist das nur das, was wir auch so von außen sehen. Weil du hast ja eigentlich nur oben drüber platziert. Finde ich auch immer... Ich finde es cooler, wenn die wirklich so irgendwo mal durchfährt und so richtig eingebaut wird in den Zoo. Ist zwar viel Arbeit, aber kann man machen. Ich bin nur gespannt, ob da unten noch was drin ist. Aber ich sehe den Bahnhof gerade nicht. Seht ihr den Bahnhof? Oder ist der Bahnhof unterirdisch? Ist absolut kein Bahnhof. Ne, ich sehe den Bahnhof nicht. Der muss unterirdisch sein. Können wir die anklicken, die Strecke? Station geschlossen. Testen. War geschätzt, genau. Oha. Ist tatsächlich unterirdisch. Ah, wir mal ein Stück. Interessant. Interessant. Oha. Geht's denn jetzt hier hin? Ja, ist... Also so unterirdisch bauen ist auch sehr, sehr anstrengend. Weil man müsste eigentlich hier das gesamte Ding so ein bisschen überarbeiten, den Tunnel. Immer so Stützen und Holzpfeiler und sowas machen, damit das realistisch und cool aussieht. Das Ding ist, man muss halt so eine Fahrt auch immer interessant gestalten. Man muss eigentlich an jeder Ecke immer irgendwie was zu sehen haben. Selbst wenn es nur so ein bisschen Deko oder sowas ist. So ein Kulamineingang oder irgendwelche Deko-Elemente halt. Aber wenn man nur die ganze Zeit durch so einen Tunnel fährt, ist das halt nicht so spannend zum Zuschauen. Okay, wir kommen jetzt hier schon raus. Ich vermute jetzt aber einfach mal, dass das nur die Station dann ist. Eieiei. Okay, hier kommen wir dann raus. Und dann denke ich mal, fährt sie einmal hier rundherum um den Zoo. Und fährt dann da wieder rein. Falls da unter jetzt noch irgendwas Spannendes ist und ich das übersehe, dann tut es mir sehr, sehr leid. Aber ich würde sagen, das soll es mit der heutigen Zoobesichtigung von deinem Afrika Zoo mit 3O gewesen sein. Hat mir sehr viel Spaß und Freude gemacht. Ich glaube, du hast noch sehr viel zu tun. Wenn du weitergebaut hast und so gut wie fertig bist oder sowas, kannst du den Zoo gerne nochmal einschicken. Ja, wie gesagt, es gibt noch viel in deinem Zoo zu tun. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, wie euch der Zoo von Gaming Boy gefallen hat. Falls ihr auch einen Zoo habt, den ihr mal einschicken wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. 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 Dandi.